So, erstmal mache ich jetzt den Innkeeper glücklich, indem ich sein... um seinen Hut... Äh... Discuss... The Innkeeper's Head. Yeah! Ahoi, mi mateys! Wir sind zurück bei Salt. Und ich bin hier noch auf dem großen Piratenschiff, was wir vor dieser Insel gefunden haben. Ich habe mir das natürlich alle schon auf der Karte markiert. Denn dieses Schiff kann ich leider noch nicht in Gang setzen. Das ist ziemlich heruntergekommen. Und da muss ich noch eine ganze Menge Arbeit reinstecken, um das zu reparieren. Ach, eigentlich hier die Bohren. Und das Steuerrad hängt auch daneben. Aber damit möchte ich natürlich die sieben Meere befahren. Einstweilen komme ich erstmal gut klar mit meinem kleinen Bötchen. Und damit werde ich jetzt erstmal auf die geheimnisvolle Insel zurücksegeln. Also die mit dem Kult. Denn da haben wir Aufgaben abzugeben. Aber das Schiff merke ich mir natürlich. Und ich habe mir auch notiert, was ich noch so alles brauche. Holz habe ich eigentlich genug. Aber ich brauche Stoff und Pflanzenfaser. Und da brauche ich eine ganze Menge von. Und das ist eine Sache, die relativ hart Steuerbord. Ne, das war Backbord, ne? Ein Steuerbord. Was ist immer... Steuerbord ist rechts. Ich komme die Hunde dann leider mal damit. So, jetzt hoffe ich, dass ich zur richtigen Insel segle. Nicht die mit den Feuern. Sondern zu der da. Die noch so ein bisschen im Schatten liegt. Okay. Aber es ist schon ganz schön, hier jetzt auch mit so einem kleinen Segelboot unterwegs zu sein. Ich habe das Gefühl, dass es deutlich schneller als mein altes Floß. Das liegt da ja auch noch am Strand irgendwo. Inzwischen gucke ich mal nach der Kompass. Ich müsste jetzt ungefähr nach Norden wieder. Ziemlich genau nach Norden sogar. Und ich bin... Uah, Location, 5 West, 4 Vs. Ja, da will ich auch hin. Ja, ich glaube, ich werde... Nicht schlagen. Steuern. Hier vorne am Strand diesmal anlegen. Und auch ein bisschen näher am Strand ranfahren. Das letzte Mal musste ich so ein bisschen schwimmen. Irgendwas ist da vorne auf dem Wasser. Oder ist noch ein Fliegenschiss auf der Karte? Was weiß ich? Ich könnte natürlich auch da ein bisschen rein segeln. Macht schon Spaß, das Segeln. Eigentlich sehr cool gemacht. Sollte das reichen. Das Ding ist relativ schnell. Daher muss ich aufpassen. Lower Sail. Ich will nicht komplett am Strand wieder aufsetzen. Damit ich das Schiff nicht extra wieder wegwuppen muss. Es könnte sein, dass ich nachher wieder mehr schwimmen muss. Aber was soll's. Da kann ich mit leben. Und hier sind wir wieder zurück. Das Wetter ist... Bescheiden wie immer. Aber wir sind Piraten. Wir stecken das weg. Hoffe ich jedenfalls. Ich hab übrigens Hunger. Und zwar ziemlich. Da will ich mir erstmal ein bisschen gesundes Obst hinter den Kiemen schieben. Obwohl wir schon mal dabei sind. Nach neuem Ausschau halten. So, da kann ich anklicken. So, da kann ich anklicken. Das ist... Die Bäume mit der braunen Rinde sind Fruchtbäume. Und hier ist noch wieder ein Bambus. Und falls ich Glück habe, finde ich ja nochmal eine lila Frucht. Das ist die saftige Frucht. Und die scheint besondere Fähigkeiten zu haben. Ich sehe jedenfalls in meinem Hungerbereich, dass da so ein kleiner Zipfel noch so ein bisschen bläulich leuchtet. Ah, da haben wir es doch schon. Das ist leider nur, in Klammern nur, eine reife Frucht. Die nehme ich auch gerne mit. Aber diese Juicy Fruits, die waren schon sehr cool. Und ich habe hier was entdeckt. Ah, das ist aber nur wieder eine Dornenranke. Aber hier haben wir was. Noch eine. Ich brauche Stoff und ich brauche für Stoff Pflanzenfasern, Pflanzenfasern, Pflanzenfasern. Aber das kann ich wieder nicht. Hier ist der Schmied. Der kann uns nur glücklich machen, wenn wir ihm Metallerz geben. Haben wir leider nicht. Ich klopfe einfach überall wieder an. Was fällt, das fällt. Und wenn es fällt, höre ich das ja auch. Knock, knock. Give me your fruit. I'm a pirate. Knock. Ah, hier ist wieder die... die geheimnisvolle Statur. Und da ist auch schon... der Platz. Oh, es wird schon wieder dunkel. Ich sollte mich beeilen. Ich habe es auch noch gehört. Es ist nur eine grüne, aber damit kann ich leben. Ich nehme da alles gerne. Und da ist auch der... das Gasthaus. Und es ist Nacht. Da bin ich ja richtig passend angekommen. Ich muss mir merken, da hinten ist das Lagerfeuer des Schmiedes. Da kann ich übernachten, ohne dass ich hier die horrenden Preise bezahlen muss. So, erstmal mache ich jetzt den Innkeeper glücklich, indem ich seinen... um seinen Hut... äh... äh... discuss... the Innkeeper's Hat. Yeah! Oh, ich sehe, du hast meinen Hut gefunden! Ich weiß nicht... äh... du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel das für mich bedeutet. ähm... dieser Hut ist mir als Geschenk überreicht worden von... äh... okay, das ist eine Geschichte für eine andere Zeit. Auf jeden Fall, danke für deine Hilfe und... nun die Informationen, die ich dir versprochen habe. Jetzt wird es interessant. Informationen nehmen wir gerne. Ich weiß, äh... äh... the whereabouts, äh... die Lage eines nahen Händlers, der dir weiterhelfen kann, äh... einige Güter... zu erhalten für deine zukünftigen Abenteuer. Wenn du gutes Loot magst, und, äh... du wirst es... du wirst es mit Sicherheit tun. Auf jeden Fall, wenn du noch weiter Informationen brauchst, frag einfach. Okay. Information about... aber da habe ich ja schon mal gesehen, was der alles kann. ein extra Sextant brauchen wir nicht. Und das Hearty Meal, das gesunde Essen, da will er auch richtig Geld für haben. Und erst mal spare ich noch. Ich habe da nicht allzu viel. Ja, prima. Dann haben wir einen schon mal glücklich gemacht. Na, nun, was ist denn jetzt los? Ach so, ich bin noch im Menü. Nein. Dann kommt der Nächste dran. Nein. Nein. Turn in Silver Chord. Ja. Yeah. So, und ich habe dafür eine Loote bekommen. Ein gitarrenähnliches Instrument. So. Du hast getan, worum ich dich gebeten habe. Ich glaube, das ist ein Anfang. Okay. Dann lass uns zur Arbeit gehen. An die Arbeit gehen. Okay. Ziehen wir die Seite hier auf. Wir spannen sie. Moment. Wo ist mein kleines Werkzeug? Ah, hier. Es ist Fasten. Pull. Und okay. Hier ist deine Loot. Loote. Spiel sie mit Vernunft. Dignity. Dignity. Vorsichtig. Dignity. Mit Verstand. Okay. Ich will nicht, dass das auf meine gute Reputation zurückfällt. Okay. Ja. Deardrum. Oh, da können wir jetzt noch weitermachen. Also jetzt können wir auch noch eine, eine Hirschtrommel herstellen wahrscheinlich. Ist die nächste Aufgabe. Genießt du deine Loote? Okay. Wahrscheinlich. Ähm, ah well. Wir können also hier jetzt nicht aufhören. Da ist noch mehr, was ich dir über Musik erzählen kann als Seiteninstrumente. So, wir gehen jetzt an die Grundlagen für eine Melodie, den Rhythmus. Äh, okay. Okay. Das habe ich anders gelernt. Egal. Also, wir brauchen auf jeden Fall eine Trommel. Und diesmal brauchen wir hochqualitatives, äh, äh, hochqualitatives Hirsch, äh, oder hochqualitatives Hirschleder. Ja, so, jetzt haben wir es. Das muss so perfekt, äh, sein, dass, äh, die Trommel die richtige Resonanz hat und die Tonalität. Strike you in the chest. Und, äh, diese Tonalität, sie soll dich, äh, in der Schulter treffen und deine Ohren ab, abfallen lassen. Und, ne, set your ears ablaze. Hm. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein vernünftiges Skinning Knife. Also ein Häutungsmesser. Hunters, muss, 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 the salt often use these knives to check hunting shacks to see if you can find one. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall, äh, so ein, äh, 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 ja. Ja, ein Häutungsmesser und ich glaube, wir haben eventuell sogar schon eins. So, dann, äh, sollten wir eben den Hirsch jagen und das, äh, und die Hirschhaut, die muss perfekt sein. Und wir haben, ne, das ist ein Albino. Ich glaube nicht, dass er das meint. Okay. Und, äh, das soll ich ihm dann bringen, also diese perfekte Hirschhaut. Und daraus wird er dann eine Trommel herstellen für mich. Ja. Prima. Danke für die Aufgabe. Dann haben wir auf jeden Fall wieder was zu tun. Nein. Ich hab mich noch nicht dran gewöhnt, dass wir, dass ich jetzt wieder eine eigentlich bessere Tastenbelegung habe. Gut, äh, ich will aber trotzdem noch mal mein Menü gucken. Ich hoffe, dass ich hier nie wieder umfalle. Doch hier, pristine, dear pearl. Das ist ja eine, äh, hochqualitative. Und so ein Messer, brauche ich das Messer dann überhaupt? Das ist jetzt die Frage, ich weiß es nicht. Ich meine aber, so ein Häutungsmesser hätte ich auch mal gehabt. Inkeeper Sword, äh, wir haben, was haben wir da an Schwert überhaupt hier drauf? Pirate Sword, das ist noch besser. Das Inkeeper Sword, das war nicht so doll. Also, auch schon gut, aber, oh, ich hab auch noch ein perfektes Hirschfleisch, seh ich gerade. Das könnte ich auch noch essen, wenn ich mal richtig Hunger habe. Was bringt dir das denn? Zwölf, äh, zwölf Max Hells und zwölf Hells. Also, es heilt mich auch. Okay. Gut zu wissen. Eine Bandage habe ich mir schon mal hergestellt. Okay, was wir brauchen ist, Pflanzenfasern, nämlich um das große Segelboot, das Piratenschiff, zu reparieren. Und ich brauche auch Stoff. Was habe ich denn hier? Strong Plant Fibers, gibt es auch. Oh. Ich meine, etwa Stoff hätten wir aber wieder. Hier. Also, drei Stoff haben wir, acht brauchen wir. Und zusätzlich brauchen wir eben noch zehn Pflanzenfasern. Und das wird eine ziemliche Aufgabe, denn einzelne Pflanzen und Pflanzenfasern sind schwer zu haben. Holz habe ich genug, auch Hardwood habe ich hier auch reichlich. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Wird es schon wieder hell, oder? Sieht das nur so aus. Ich laufe mal gerade rüber zum Schmied, um dort zu nächtigen. Es gab hier noch eine andere Feuerstelle, aber da konnte ich nicht übernachten. Das war ein bisschen merkwürdig. Egal. Hauptsache, wir wissen, wo es klappt. Nämlich hier. Rest until sunrise. Und schon geht die Sonne auf. Und es ist wieder ein bisschen heller. Und ich will auch wieder ein bisschen auf Spurensuche gehen, um Material zu suchen. Nicht nur Früchte. Ich weiß nicht, ob es hier auch wieder... Es gab hier auch einen Hirschen. Den hatte ich auch erlegt. Ich weiß noch nicht, ob der wieder respawnt. Würde mich natürlich freuen. Aber ich dachte doch, ich hätte so ein Jagdmesser um Tiere. Die Lute habe ich noch gar nicht ausprobiert. Fällt mir gerade ein. Moment. Das müssen wir noch mal gerade machen. Ich hoffe, dass da nicht schon wieder irgendwas passiert, dass ich dann sterbe. Apropos. Nutzt du Sicherheit? Einmal gerade auf Save klicken. Und jetzt probiere ich die Lute aus. Lute. Kann ich gar nicht. Oh. Kann ich nicht selektieren. Schade. Hier passt sie auch nicht drauf. Hier kann ich sie auch nicht reintun. Okay, dann kommt sie halt wieder zurück. Ins Inventar. Was soll's. Gut. Passiert mir wenigstens auch nichts. Ich muss doch üben. Da ist das. Ah, das ist was. Pick up. Nein. Plant Fibers. Und die schwarze Blume. Und die schwarze Blume ist gut für ein Waffengift. Ich glaube, die wächst. Ich habe sie bis jetzt woanders noch nie gefunden. Sie wächst, glaube ich, nur hier auf der Insel. Zwischenzeit. Klopfen wir nochmal ein paar Bäume. Na. Okay. Äh, gut. Ich werde hier einfach nochmal ein bisschen rumsuchen. Und, ähm, ja, sobald was passiert, ich glaube, diese Rumlauferei, es ist auch so ein bisschen Walking Simulator. Ich melde mich einfach wieder, wenn ich was gefunden habe. Wir sehen uns gleich. Oh, Mann. So, jetzt bin ich den ganzen Tag hier über die Insel gelatscht. Hab zwar einige Früchte eingesammelt und, äh, ja, zwei Pflanzenfasern. Zwei ganze Pflanzenfasern. Und es ist schon wieder Nacht. Das heißt, jetzt muss ich auch noch wieder sonderlich aufpassen. Ich nehme erstmal die Achse in der Hand. Sicher, sicher. Und jetzt versuche ich mal den, äh, den Schmied wieder zu finden. Oh, Mann. Und es wird dunkel. Es wird richtig dunkel. Ah, komme ich da hoch? Mit mal ein bisschen, was ich noch an Stamina habe. Ich esse erstmal einen der Früchte, die ich gesammelt habe. Und ich hoffe, dass ich das Lagerfeuer von dem Schmied jetzt finde. Achso, ich, das war mal eine Axt. Ich dachte schon, da käme... Oh, hier müssen wir aufpassen. Hier sind wir wieder an der Kultstätte. Und da ist das Lagerfeuer vom Schmied. Aber interessanterweise ist an der Kultstätte kein Licht mehr. Das heißt also, die Kultisten, die scheinen wohl erledigt zu sein. Ich hoffe jedenfalls. Und jetzt sehe ich gar nichts mehr. Also wenn ihr nichts seht, ich sehe auch nichts. Ah, ein Licht. Ein Licht scheint zwischen den Zweigen. Ach, der Schmied. Gott sei Dank. Hallo Schmied. Darf ich hier nächtigen? Ja, äh, gut. Also ich befürchte, das Sammeln von Stoff und Pflanzenfasern, das wird noch eine große Aufgabe sein. Was ich übrigens reichlich wieder gefunden habe, war Holz und sogar Hartholz. Hartholz habe ich mittlerweile 20. Das heißt, da sind wir wirklich bestens ausgestattet. Das Problem sind Pflanzenfasern und Stoff. Und, äh, um einen Stoff herzustellen, brauche ich drei Pflanzenfasern. Also, ich brauche reichlich Pflanzenfasern und das finde ich hier so gut wie gar nicht. Naja, egal. Ich werde hier erst mal die Nacht verbringen und dann werde ich in der, am nächsten Morgen Segel setzen und mir eine neue Insel suchen, denn ich befürchte, ich muss mir noch, ich muss noch einige Inseln absuchen, bevor ich genug Material zusammen habe, um das große Segelschiff zu reparieren. Aber, das steht auf meinem Plan. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. und, äh, ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich jederzeit über ein Like, auch über einen Kommentar freue ich mich genauso und, äh, ja, ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, wir stechen in See bei Salt. Macht's gut. Tschüss. G-R-G-L-V T Rize. G-R-D-O-T Rus. G-R-G-L-V T Rize. Untertitelung des ZDF für funk, 2017